In dieser Präsentation verrate ich dir, wie ich es mit nur 23 Jahren vom Fließbandarbeiter zum Internetunternehmer mit Millionen Business geschafft habe. Ich zeige dir ganz genau, wie ich mit Infoprodukten über 3874 Euro am Tag im Internet verdiene. Und zwar immer, egal ob ich spazieren gehe, mit Freunden essen gehe oder gerade in der Karibik Urlaub mache. Und ich verrate dir das exakte System, mit welchem ich zu einem der bekanntesten Coaches für Internetmarketing geworden bin und einige der bekanntesten Persönlichkeiten dieser Welt, wie Nummer 1 Erfolgscoach Tony Robbins, The Secret Star Jack Canfield und Milliardär- und Unternehmerlegende Richard Branson getroffen habe. Hier ist eine unserer Webseiten im Datingbereich, die ich mit einem Geschäftspartner zusammenführe. Die meisten Datingcoaches verdienen nicht mal genug zum Leben. Mein Geschäftspartner und ich machen jeden Monat fünfstellig mit einem Business, welches wir nur drei Monate aufgebaut haben. Und all das zeige ich dir nicht, um damit anzugeben. Ich will einfach nur ehrlich zu dir sein. Ich will, dass auch du ein vollautomatisiertes Internetbusiness aufbauen kannst und monatlich über 10.000 Euro verdienst, egal ob du gerade arbeitest oder nicht. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen im Coachingbereich gemacht hast, aber wenn du Coach bist, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du entweder fast gar nichts verdienst oder den ganzen Tag von Vortrag zu Vortrag rennst und keine Zeit mehr zum Leben hast. Oder du wählst den neuen, einfacheren Weg und baust dir ein automatisiertes Geschäft im Internet mit Infoprodukten auf. In dieser Präsentation verrate ich dir, wie du nur 24 Stunden dein eigenes Infoprodukt auf die Beine stellst und online hochlädst, um damit deinem Wissen in Kombination mit dem Internet dauerhaft finanzielle und geografische Freiheit zu erreichen. Du kannst tun und lassen, was du willst, weil du weißt, dass dein Business 24 Stunden am Tag für dich neue Kunden generiert und die Produkte auch automatisch ausliefert. Ich habe all das ohne Universitätsabschluss oder sonstige Zertifikate geschafft und musste auch nicht 12 Stunden am Tag dafür arbeiten, so wie ein Tier. Und nein, ich war weder ein Technikfreak, noch hatte ich irgendeine Ahnung von Marketing. Ich habe einfach nur die Macht des Internets mit meinem Wissen kombiniert. Inzwischen arbeiten wir mit vielen verschiedenen Leuten in der gesamten Branche zusammen. Wir haben dieses Wissen auf unzählige Bereiche ausgeweitet und besitzen nun einen großen Erfahrungsschatz, weil wir wissen, wie es wirklich funktioniert. Hier siehst du eine unserer Webseiten. Sie sieht nicht besonders aus, oder? Alleine diese Webseite generiert Millionen von Euros. Und eins kannst du mir glauben, diese Ergebnisse sind nicht normal. Die meisten Coaches verdienen mit ihrem Wissen nicht mal genug, um davon anständig zu leben. Sie sitzen den ganzen Tag lang rum oder rennen von Seminar zu Seminar und hoffen, dass die Kunden zu ihnen kommen. Wenn sie dann mal einen Kunden haben, müssen sie sich 24 Stunden am Tag um ihn kümmern, da sie nicht wissen, wie sie sich hochpreisig positionieren. Manche haben eine Webseite, aber so gut wie keiner weiß, wie er damit wirklich Geld verdient. Ich meine wirklich viel Geld. So viel, dass man sich davon alle finanziellen Träume erfüllen kann. So etwas gibt es in der deutschen Coachingszene fast gar nicht. Und wenn du jetzt daran denkst, vergiss es gleich wieder. Du kannst das, was wir machen, nicht einfach kopieren. Wir wenden spezielle psychologische Muster an, die durch effektive Direktmarketingstrategien perfekt auf unsere Zielgruppen abgestimmt sind. Eins kannst du mir glauben. Ich will dir nicht bloß sagen, dass du dich zunächst selbst als Coach bezeichnen sollst und dann warten und hoffen sollst, dass du damit Geld verdienst. Ich werde dir in dieser Präsentation verraten, wie du dich selbst zum Top-Experten mit einem hohen 5-stelligen Einkommen durch automatisch verkaufende Infoprodukte im Internet positionierst. Also, was unterscheidet mich von den vielen erfolglosen Coaches da draußen? Nach vielen Jahren und viel Nachforschung habe ich 6 große Unterschiede analysiert. Ich werde die 3 größten hier für dich enthüllen. Unterschied Nummer 1. Ich spreche genau die 20% der Kunden an, die für 80% des Umsatzes sorgen. Jeder kennt das sogenannte Pareto-Prinzip. Es besagt, dass du eben mit 20% der Arbeit 80% des Ergebnisses erreichst. Aber wie viele Leute, die du kennst, wenden es wirklich an? Ich zeige dir, wie du wirklich die 20% der Kunden erreichst, mit denen du 80% des Geldes verdienst und nicht umgedreht sowas.